Musik Hey Leute, willkommen zurück bei Easy Young TV. Wir befinden uns hier im Tiergarten Nürnberg. Mit 65 Hektar ist dies der zweitgrößte Tiergarten in Deutschland. Wir freuen uns schon, unseren Tag heute hier verbringen zu können. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wir wünschen euch viel Spaß. Wir wünschen euch viel Spaß. Wir befinden uns hier gerade im Tapirhaus des Tiergarten Nürnberg und der Tiergarten Nürnberg beteiligt sich an mehr als 30 europäischen Erhaltungszuchtprogrammen. Zudem unterstützt der Tiergarten auch Organisationen für bedrohte Tierarten. Ich bin hier als Zoopädagoge. Das heißt, mein Job ist hier die Wissensvermittlung. Mit meiner Kollegin zusammen kümmern wir uns um alles, was irgendwie Wissensvermittlung ist. Also angefangen von Beschilderung über Unterricht. Wir machen Sorgen für Kindergeburtstage, für die Führung, Morgenführung, Abendführung, Übernachtung. Das organisieren wir. Wir organisieren auch die freien Mitarbeiter, weil das können wir natürlich nicht alles selber machen. Wir haben da so ein paar fleißige Helferchen, die uns damit unterstützen. Und haben Sie dann auch ein Lieblingstier im Zoo? Ähm, nee, ich habe gar kein Lieblingstier. Ich mag alle Tiere ganz gerne. Das hat einfach damit zu tun, dass ich, ich bin Biologe, ich finde sogar, was weiß ich, Schaben, ich finde Blutegel total interessant. Ich will sie nicht selber haben, aber ich finde es interessant. Okay, sehr schön. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und viel Spaß noch. Dankeschön. Vielen Dank. Hey Leute, willkommen zurück bei Easy Young TV. Wir verbringen heute unseren Tag im Tiergarten Nürnberg. Das war mein Text. Und zudem unterstützt der Tiergarten auch Organisationen zum Schutz aller Tierarten. Scheiße, droht der Tierarten. Das kann in der normalen Welt so sein nach dem Erlebnis im Dschungel. Ich hatte auch. Ja, also das war jetzt hier der Beitrag vom... Stopp! Fang nicht mit... Ja! Ich mag ihn so lassen. Fang nicht mit Zureigung. Okay, okay, okay. Beruhigung. Beruhigung. Äh, Herr Rentschrubel. Ein, ein, ein... Okay, okay, und? Wir tunieren. Alle, wir noch... Wir machen, wir machen, wir machen. Wir machen vor dem Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020